Sauer aber vorher kommt sowieso noch Platz 3 und 2 das ist Platz 3 und danach kommt noch Platz 2 okay ein Kinderspiel ich habe keine Äther das ist beschissen egal zwei Zerstörer Hala Hala ist klar okay auf die Zerstörer als erstes aber tust mir weh komm schon komm schon komm schon meine Güte ihr nervt halt ihr mich mal bitte halt ihr mich da seid ihr echt zuverlässig Leute so mal bitte der ist weg abgarten ist rettet ihr mich mal besser jetzt kommt Herkules okay oh god ich hab jetzt schon zeigt mir was ihr drauf habt warte Herkules einer gegen eine meine Güte meine Güte was für ein Angeber was sollen wir machen ihn alleine lassen schätze ich nein viel Glückssora was zur Hölle ich werde dich nicht schonen was soll der Scheiß wieso soll das alles nein 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 das heißt Herkules Herkules geil Scheiße 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 Okay immer noch nicht genug Moment ja ich kenne die Kampftaktik schon so die Leute wenn er gelb ist ist er und war wohl wow das war richtig knapp oh weg 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 okay jetzt hilft nur weglaufen Leute oh god so jetzt gleich posiert er wieder immer noch nicht genug so wenn er posiert dann muss ich die Kiste hochheben und den abwerfen dann ist er wieder verwundbar und jetzt kann ich ihn einfach versuche drauf zu dreschen dann ist Lauf Asura verdammte Hacke Leute wie viel der Mensch macht der hätte Spaß machen wir nicht meine Kappelkisten kaputt war noch nicht genug ich nicht genug hab ich zeig dir was ich genug hab alter was soll der Kack was soll der Scheiß alter was soll der dreckige Scheiß er schaffst nicht seine Unsterblichkeit wieder herzen oh gott und das fast ohne äther also also das komplett ohne äther weil dann leck mich okay wir haben Herkules ist gerade gewonnen okay wir sind die Champions diesmal kriegen wir sogar einen Pokal Herkules Schild erhalten ja geil 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 okay das dürfte ja wahrscheinlich besser sein als unseres wow und ich hab mich nicht mal zurückgehalten jetzt verstehe ich endlich was du mit der Kraft des Herzens meinst meine stammt von Donald und Goofy wie das wenn wir zusammenhalten sind wir unbesiegbar hat nicht mal Herkules ne Chance mit diesen Jungs an meiner Seite bin ich zu allem bereit das hatte ich damit nicht unbedingt natürlich deine Freunde geben dir Kraft nicht wahr Phil zusammen gebt ihr drei so richtig gute Helden ab und im Team besiegt ihr alles und jeden okay noch ein Schwert ah lol wir haben jetzt zwei Schüsselschwerte bekommen das gelbe das gelbe Triod hat euch gelernt ach bitte es geht doch hier direkt mal anfangen ach geil 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 ich hätte speichern sollen ich hätte speichern das ja 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 wir können das Schlüsselloch versiegeln ah ist das schön Zabuza bääääms versiegelt das Schlüsselloch ja 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 okay wir haben diese Welt erfolgreich von dem Schlüsselloch befreit ach Gott Ausrüstung Sora Feenhafer ist für'n Arsch glaube ich äh was haben wir denn hier Chocobo Gott warte mal Feenhafer hat 8 und 33 Chocobo hat 10 okay Chocobo was ist das hier hier raus geile Sache Chocobo extrem lange Reichweite und Durchschlagskraft Maximum und MP sinken aaaaah Volltreffer sind selten führt gewaltige Volltreffer auf bis es eine hohe Durchschlagskraft und eine ebenso hohe Trefferquote extrem lange Reichweite und Durchschlagskraft Maximum und MP sinken Volltreffer sind selten ich weiß es nicht Leute Ababababababab okay ja wir machen erstmal das Heros und speichern vor allen Dingen oh Gott ist das geil okay okay damit sind wir hier durch was haben wir denn hier untersuchen Hercules Siegertrophäe okay ähm Pegasus Siegesschiff ach genau ich habe fast vergessen Gofi wo kommt ein neues Schild oh Gott ein offensichtlich mit einem neuen kräftischen Mann geil Hercules Schild anziehen okay liebe Leute wir sehen uns hier das nächste Mal wieder bis dahin viel Spaß mit den Videos euer Hedi